Ein großer Applaus für Selly und Tammy Röll! Ein großer Applaus für Selly Der Applaus geht an Tobias Schmelding, meine Damen und Herren! Auch von TV Kempton, Herzlich Glückwunsch, Julia Räckler! Servus, Servus! Servus! Gut, dann können wir mal mit den Ehrenbären hier noch drauf kommen. Als erstes bedanken wir uns und gratulieren hier Martin Spöckle von Ist 29 Ketten, dritter Platz. Und die würden gerne, wenn es sehr gut wäre, vorzugehen, weil ich glaube, der Oberbürgermeister kennt zwar alle seine Bürger, aber...